Ähm, die Lara? Ja, Fabian? Ich bin ehrlich, ich mag dich sehr und ich wollte fragen, ob du dich eventuell mit mir treffen möchtest. Nein, ich will sein Herz nicht brechen. Wie soll ich es ihm sagen? Ähm, ja, das klingt gut, aber derzeit habe ich wirklich viel zu tun. Sorry. Ähm, was hast du denn zu tun? Ähm, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich kann dir ja dabei helfen. Ja, aber dann muss ich mein Zimmer aufräumen. Kein Problem, dabei kann ich dir auch helfen. Das geht leider nicht. Danach muss ich mit meiner Schildkröte Gasse gehen. Ich habe einen kleinen Hund, lass zusammen Gasse gehen. Aber danach muss ich meine Tante besuchen, die lebt in Jamaika und ich muss dorthin fliegen alleine. Meine Eltern haben dort ein Hass. Hör mal zu, du robillose Steinesammler. Ich habe keinen Bock, mit dir rauszugehen. Versteh das. Ach so, okay. Period. Ananas ist die Kim.